Und mit diesen Worten herzlich willkommen zu Let's Play Genshin Impact WM1 21 zu 9 und ja wir befinden uns immer noch gefangen in der großen Kluft, haben jetzt die Nacht hinter uns gebaut und ja ihr seht ja, Paimon beschwert sich so wie immer, aber jedenfalls, Paimon, du fliegst doch, oder? Und so ist schon ein ganzer Tag vergangen. Yo, yo, thought I heard you're chatting over here. Oh, hey, Bullchucker. Well, everyone, I just completed another survey of the surrounding area. Still nothing has changed today. Here, have some water and take a rest. Thank you, Shinobu. It's easy to forget to keep hydrated down here. Out! I want out! All I want is to cruise the streets and have beetle fights again. Boss, remember there's your image to consider. But it's so boring. Walking around this hole every day. If only I could slurp some ramen and see the beautiful flowers again. Ramen? Wait a minute. Speaking of ramen. Traveler. Are you hungry? Nee, nicht so richtig, nein. I'm not hungry either. But let me pose the question this way. Who is the biggest eater among us? It's definitely not me. Hey, what's everybody looking at me for? It's definitely not me. If anyone, it's this one right here. Huh? What are you looking at Paimon for? Paimon? Are you hungry? Um, no. Paimon's not hungry. What are you asking? Kann es sein, dass Essen verschwunden ist? Und das wissen wir noch nicht. Das heißt auch mit anderen Worten, wir sind nicht alleine hier. Hm. Huh. If that's the case. Huh? W-w-w-w-what am I missing here? Paimon sagt, es fühlt sich an, als seien mehr als 20 Tage vergangen. Yes, I heard that too, as I was walking over. The question is, how can you not feel hungry, even after 20 days? Ach so ist das gemeint, dass das zeitlos ist alles? Huh. Und ich habe das Gefühl, dass nur einen Tag vergangen ist. That's also strange. Of course, everyone has different perceptions of the passage of time. But how could one person feel like it's only been one day and someone else 20 days? Yeah, now that you mention it, I feel like we've been here 3, 4, 5 days, but I don't feel hungry or thirsty at all. Although I cooked some food, it wasn't because I was hungry. I just wanted to keep our spirits up. I was planning on saving our rations so we could survive a few more days, but I haven't really felt hungry since. Now that I think about it, not only am I not hungry, but I don't feel any real signs of fatigue either. Whether I sleep or not doesn't seem to have any effect on how I feel. Yes, I concur. Resting doesn't make me feel more refreshed, and staying awake doesn't make me any more tired. Very peculiar. It's almost as if our physical state has been suspended. The more you say, the scarier it sounds. Paimon doesn't even want to think about it. What's wrong, traveler? Did you think of something? That's pretty weird. Sounds like the little dude must be in danger. But he is an adeptus. This kind of situation should be no trouble for him. I fear that this problem underground is bigger than we thought. I found something, everyone. I just discovered a new path over there that seems to lead to an unknown area. You mean a way out? Oh, finally! Let's see what's going on. Yay! You found something! Oh, please, please be the exit! I still suspect things can't be that simple. We should all stay prepared for whatever comes. Huh? Paimon doesn't see anything out of the ordinary here. Appearances can be deceiving. As I was examining the wall just now, I noticed there was something unusual about this stone. Seems to me that it's been created using some illusory magic. Hidden behind it lies a passageway. Wow, so there really is a path behind here. How to hand it to you, that sure wasn't easy to find. But at least we can finally get out of here. Nun, das haben wir auch Yelan zu verdanken. Miss Yelans determination and eye for detail are certainly impressive. Not to mention, you've hardly had any rest the whole time we've been trapped here. It doesn't matter, I'm not tired. Ah, well, given we're already here, we might as well go in and explore. Right behind you! Paimon can't wait to get out of this place! Okay, Teleportationspunkt freigeschaltet. Moment mal. Ist da jetzt doch eine Kratole? Nö. Okay. Okay, von wo kamen wir? Von da oben. Genau, hier war das Portal. Diese Sphäre, die ist ja weg. Genau, falls ihr sehen wollt, warum wir hier unten sind und bla bla bla, warum wir hier nicht rauskommen und einen Ausgang suchen. Oben rechts auf das Eseboot klicken bei YouTube, da kommen wir nämlich auf die Playlist von Genshin Impact und könnt euch nochmal die letzten drei Folgen anschauen. Neue Sphäre, neues Glück. Ich glaube, wir gehen instant rein. Statt der versteckten Symbole. Empfohlen Element, Geo. Okay, ich würde direkt mal meinen Fehler von damals austauschen. Symbole und Kukumi, die hatten noch nicht alles, was sie brauchen für sie. Das ist halt so, ja, und das habe ich auch gemerkt. Äh, Kuching genauso. Äh, Moment mal, welcher Charakter war immer Lisa? So. Oh, are you taking me out? Geo wird empfohlen, aber ich will lieber eine Kombination haben. Deswegen lasse ich Noelle drin und Lisa lasse ich auch so, weil ich hätte auch, statt Lisa könnte ich vielleicht auch, äh, Ningguang nehmen, aber ich finde, das ist nicht ganz so effektiv, weil Geo ist ja auch so ein Element, irgendwie so, ja, als würden wir Steine werfen. Es ist nicht so wie Feuer, was einen brennt, es ist nicht wie Wasser, was einen nass macht oder so. Es ist, ja, ist schwer zu erklären, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ähm, die Symbole auf der Plattform haben verschiedene Farben und Muster. Verbinde sie miteinander, um das Rätsel zu lösen. Sieht aus wie Anemo, Elektro, Geo, äh, Wasser oder Eis, keine Ahnung, ist gerade schwer zu erkennen aus dem Winkel. Tritt auf die richtigen Symbole, um sie zu aktivieren. Bei falschen Symbolen erleidest du Schaden. Finde und aktiviere alle Symbole auf der Plattform, um das Rätsel zu knacken. Warte mal, äh, verschiedene Farben und Muster, zack, 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 weil ich dann gibt es da so eine Reihenfolge, die wir da sehen werden. Will ich es berühren? Okay, dann, ich zeige dir. Oh, ja, ich zeige dir, okay, marke meine Worte. Bussi, ist das du? Hey, hat jemand anderes gehört, das Lied? Es klingt super schrecklich. Bussi, bussios. Bossaccio, boah, das kommt mir bekannt vor, das muss in den letzten 70 Folgen gewesen sein, meine ich, aber... Autsch. Ich wollte es ausprobieren. Moment mal, holi, warte. Äh, welches Symbol ist das? Das hier? Nein. Ich erkenne es gerade wirklich nicht. Moment, was ist das? Nein, nicht berühren. Wartet. Lasst uns vielleicht mal... Nö. Ist das schon richtig? Nein. Doch. Warte mal. Doch, das ist richtig. Das ist das einzige, was hier so ein komisches Stück hat. Hier ist ja auch noch eins. Oh, ne. Sag mir bitte nicht, dass das ein Kampf wird und dann wird es dann richtig lustig, wenn man das falsch anklickt. Okay, das despawnt. Okay, das war mir halt nicht klar. Zack. Zack. Junge, Alter. Ich weiß, dass es dir empfohlen wird, aber das war jetzt gerade schon ein bisschen so... Naja, okay. Aber ihr seht ja, Eule haben sie auf physischen Schaden, glaube ich, war das gemacht. Und schon ist das einfach. Hier. Hallo. Oh, mit dem Geo-Charakter, aber gut, dass ich nur ein Team habe, wegen... Naja, allein schon, den Fakt mit dem Schuchel. Ich spring nochmal. Nein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Bleib drin. Du musst kassieren. Alter. Dann dauert der Kampf doch ein bisschen länger. Jetzt nur wollte ich die Stadt drin behalten. Schuchel, 415 extra Schaden. Zack, zack. Weil Noel ist gegen sowas irgendwie nicht so stark. Gegen die Geo-Hypostalen sind sie umso stärker. Wobei Euler und Keiner mittlerweile auch ziemlich gut drücken können. Alter. Ah, Euler ist jetzt ready geworden. Zack, 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 zack. Wäre vielleicht doch Ninguang besser gewesen, aber allein der Fakt, dass man ein Schutzschild hat. Also, nur mal ein zweites Schutzschild. Neben die von Noel, finde ich schon, ist sie sehr wichtig. Und vor allem Noel-Sternbild haben wir auch 5. Deswegen sammle ich hier die ganzen Urgesteinsamrohre. Weil ich sie unbedingt auf 6 haben will. Unbedingt will ich sie auf 6 haben. Okay, dann hat er Kippo-Schmerzen. Alter, okay, er kriegt so viel Energie zurück. Also, wie die Ulti und so. Ah, 90 Sekunden. Nö. Naja, gut. Genau, wir werden aufhören. Ja, gerade noch so Schutzschild. Ah, Ulti lasse ich, Ulti lasse ich. Schaut euch das an, hat ja nichts mehr. Schutzschild zerstört, 400% Extrastein bekommen und schon ist er weg. Der Lichtsammelapparat kann einen besonderen Lichtstrahl auf die gegenüberliegende Plattform werfen. Bediene den Apparat, um die Richtung des Lichtstrahls zu steuern. Beleuchte mit dem Lichtsammelapparat die großen Symbole auf der gegenüberliegende Plattform, um sie zu aktivieren. Diese großen Symbole scheinen der Schlüssel zum Rätsel zu sein. Kann ich sie moven oder... Ja, okay. Äh, Moment, warte, ich muss jetzt überlegen. Kriege ich diese Kombination hin? Achso, ich kann auch drehen. Okay, never mindo. Okay, wie komme ich escape in X? So. Du bist dran. So, drehen wir. So, passt. Klickling. Was für eine Welt wir gerade hier sind. Warte, wir hatten... Ne, Elektro hatten wir zuerst gemacht. Okay. Ja, ne? Äh, wie schaut's hier aus? Okay, ähm... Bluuu, da. Welches Symbol? Äh, komisches Chromosomensymbol. Keine Ahnung. Ähm... Das hier. Ähm... Das hier. Das hier. Das hier. Ach, das war schon. Okay. Schade, die da Geo, Alter. Das ist nur Geologie. Zack, 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 zack. Kommt, alle rein. Kommt, wenn ihr alle schon drinnen seid. Passiert dann. So. Junge. So, so, so. Okay. Sie kastiert. Aber, hey. Ihr habt alle schön flächen schon. Alter, bitte nicht. Der ist Notfallschutzschild hat getriggert von Noel. Zack, zack. Nochmal. Schaden. So. Vielleicht wären die Morgung doch besser gewesen. Ah, wobei, ich finde es eigentlich noch machbar. Es ist so schwer, es ist nicht. Da hatte ich in der letzten oder vorletzten Episode... Oh, ups, Mist. Mehr gefällt. Zack, 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 zack. So, so. Ja, ich hab dich gleich, ich hab dich schlecht. Neue Runde, neues Glück. Kann ich denn... Doch, kann ich. Ich wollte nämlich vielleicht... Mal ein... Oh, ach so, unmächtig. Ach, jetzt hab ich... Ach, hier stimmt. Wir haben ja keinen... Moment. Mist, wir haben echt nichts mehr. Das bringt nur 300 Punkte. Ah, Mist. Ah, vielleicht krieg ich das so geheilt. Na gut. Gerade überlegt, weil... Dieser kann wenigstens ein bisschen heilen. Äh, ach so, ja genau. Wir müssen uns darum kümmern noch. Äh... Ich würd gern wissen, welcher war das? Das hier? So, okay. Nehmen wir den anderen Strahl. So. Und so. Okay, jetzt kommt Geo. Also hier das Gelbe. Ah, okay. Das war seine Stimme gewesen. Das hatte ich... Grad echt nicht auf dem Plan gehabt. Äh... Zack. So. Naja. Diese Kombination diesmal. Ach, falscher Charakter. Die soll ich die blöde machen. Zack, 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 zack. Ja, komm. Weil ich muss wahrscheinlich den Schutschel erst mal zerlegen, ey. Ruf. So. Schutschel haben die zerstört. Okay, deswegen haben die auch den Schutschel komplett weggehauen. Also fast gut weggehauen. Schutschel aufbauen, weil das macht ihr manchmal... Oh, gut, dass da so eine Wand ist. Schon mal geschafft, in der ein oder anderen Dungeon rausgekickt zu, wenn was eigentlich so gut wie unmöglich sein soll. Na komm. Smash. Und... Bumm. Zack, zack. Ey, perfekt. Oh, wir haben beide Fass ausgeschaltet. Durch die Explosion. Zack, zack, zack. Jetzt bist du auch weg. Jetzt diese Symbole. Okay. Ich darf sie anklicken. Achso, ich sollte das so machen. Das sollte dann passen, ne? Dass sich das so langsam dreht. So. Nehmen wir das andere Ding hier. So. Und dann haben wir das auch. Jetzt kommt Anemo. Also irgendwie war ich gerade stuck. Äh, welche Richtung müsste ich dafür... Moment mal, wo ist das denn? Äh... Das? Da? Achso, das... Ach, ich hab doch richtig geguckt, ey. Gott. Was irritierend ist, sind doch diese großen Säulen hier, dass die sich auch so komisch mitdrehen. Davon kann man echt schwindelig werden, je nachdem. Boah, Junge. Achso, okay. Ähm, was müsste ich denn jetzt antatschen? Ähm... Das hier. Ähm... Das hier. Das hier. Noch eins. Achso, da. Okay. Ne? Ach, Moment. Ach, das falsche Symbol angeklickt. Nicht schon wieder die beiden. Ich mag die überhaupt nicht. So. Zack, 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 zack. Darauf hab ich gewartet, dass ihr alle schon zusammenkommt. Ulti, ulti, ulti. Ah ja. Den mal ein bisschen was Superleiter zu versorgen. Ich versuche, den hinteren zu hitten. Schön, dass der eine einfach durch die Ulti einfach schon so viel Schaden kassiert. Was ich den anderen so regulär gebe. Nein, okay, ja, den hier bitte. Zack, zack. Ist jetzt gerade schwer zu erkennen. Wer hätte weniger jetzt die Hälfte? Naja, gut, lassen wir es. Ich konzentriere mich auf den einfach. Komm ein bisschen näher. Zack. Ich muss halt mal auf mein Leben aufpassen. So. Wow. Schottschild, nice. Und die Explosion dazu auch. Ich kriege einfach beide gleich gleichzeitig staunen. Obwohl ich nur noch hier einfokussiert bin. Nein. Ich habe das Schottschild halt noch aus. Die haben mich gerade echt aus der Arena gekriegt. Oh. Oh Gott. Das hat mich jetzt komplett aus dem Takt gebracht. Weil K.A.S. Ulti gerade ready war. Und meinen Schottschild habe ich jetzt erst ready gehabt. Okay. Das war jetzt richtig böse. Diese Kombination, das... Ah. Naja, gut. Was wir mal machen. Ist halt passiert. Ich muss es auf Noelle. Auslegen. Okay. Achso. Die wird auch nicht so schnell satt. Nein, etwas. Dann kann ich ein bisschen Leben machen. Aber ich muss unbedingt kochen. Gut. So. Keine Ausdauer. Was blöd ist, aber schottschild. Ich habe keine Ausdauer. So. Junge. Einer muss weg. Ist mir jetzt egal, wer. Beide mehr oder weniger genauso viel leben. Zack. Schottschild hat extra Schaden gemacht. Ich muss aufpassen. Oh. So. Ah. Ja, ich habe ja Kea nicht mehr. Ist schon so... Reflex. Dass ich immer diese Kombination drücke. Ach, der ist weg. Oh, okay. Perfekt. Ist halt blöd, echt. Und nur MK. Aber naja. So. Ah, haben 400% extra Schaden. Cool. Dankeschön. Und jetzt bist du auch weg. Uff. Die beiden. Wir sind halt einfach noch nicht perfekt. Also uns fehlen dann noch so die Artefakte. Gerade bei Eula habe ich das andere Artefakten-Set gesetzt. Weil wir auch nicht alles haben, was sie benötigen. Ach, ne. Das geht nicht. Das andere sieht größer aus. Also gibt es noch unterschiedliche. So. Äh. Zack. Ach, Moment mal. Ah, okay. Das war mein Fehler. Es ist doch noch größer der Abstand. So. Und den muss ich verschieben. Jetzt müsste sich gegenüberliegend was öffnen. Vermute ich jetzt mal, ne. Okay. Ach, da oben. Okay. Ach, das war nicht das. Ich dachte, das ist gerade neu gespawnt. Naja, gut. Äh, genau. Hierhin. Und dann reinfallen. Klingkling. 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 Was ist da? Was ist da da? Ist der kleine Junge von Xiao da da? Wir müssen ihm helfen! Hold on, etwas nicht hier ist. Was ist das? Es scheint zu sein, eine kleine Fissure. Was kannst du in der Mitte finden? Es kann nicht ein Mensch leben, kann es? Konkurrer von Demons? Xiao, ist das du? Was ist mit euch los? Alles in Ordnung? Hallo! Kleiner Junge! Wer ist da? Er reagiert nicht. Was ist da? Du! Oh, er hat endlich etwas gesagt! Oh! Wir folgten deine voz und finden dich hier. Aber es ist etwas strange. Wir können dich nicht bemerken. Wie hast du dich become... ...eine Illusion? ...eine Illusion? ... 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